Der Jahreswechsel 2021-2022 steht an und es ist wieder Zeit, ein wenig Rückblick zu halten auf das jetzt vergangene Jahr und natürlich auch mal wieder einen Ausblick auf das kommende Jahr, was es uns bringen wird und welche Maßnahmen die Stadt Balwe auch im kommenden Jahr vorhat. Ja, zum Jahreswechsel diesen Jahres müssen wir leider für uns alle festhalten, wir haben das zweite Jahr Corona hinter uns und immer wenn wir denken, dass wir diese Krise, diese Pandemie überstanden haben oder zumindest hinter uns lassen konnten, gibt es wieder eine neue Mutation, gibt es neue Hiobsbotschaften, die uns alle betroffen machen, aber auch uns alle sehr belasten. Ich denke, so geht es allen uns, mir geht es genauso und sicherlich vielen, vielen anderen von uns auch, weil das Thema uns, wie gesagt, seit mittlerweile zwei Jahren beschäftigt. Aber mein Appell und meine Bitte an dieser Stelle ist sicherlich an alle, ja, wir müssen weiterhin achtsam bleiben, das tun wir in Balwe seit zwei Jahren, ich denke, unsere Zahlen zeigen das immer wieder, was die Ansteckungsraten und auch leider die Todesopfer auch hier in Balwe darstellen. Also wir müssen weiterhin achtsam bleiben und wir müssen oder dürfen und wollen, so will ich es mal formulieren, uns auch impfen lassen. Das ist aber ein großer Appell an dieser Stelle nochmal an alle, auch wenn es bei der Impffrage nicht vielleicht nur um mich geht, sondern dabei vielmehr um die Frage, wie kann ich auch meinen Nächsten schützen, wie kann ich meinen Dienst in die Gesellschaft stellen, indem ich mich impfen lasse. Also diese Frage, die muss jeder für sich natürlich selbst beantworten, aber ich kann nur an dieser Stelle in diesem Sinne an alle appellieren, wenn Sie selber Sorge und Angst haben, sich impfen zu lassen, so denken Sie doch bei dieser Frage dann doch bitte auch an Ihren Nächsten und Ihre Mitmenschen, denn nur die können durch Impfung auch geschützt werden. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass diese Impfung greifen und dass wir hoffentlich im nächsten Jahr ein wenig wieder normaler alle zusammen hier in Balwe leben und auch feiern dürfen. Denn eine Nachbarin von mir sagte die Tage mal, diese verlorene gegangene Leichtigkeit, die uns allen fehlt, die erhoffen wir uns doch alle ein Stück weit zurück im nächsten Jahr. Und wir hoffen, glaube ich, alle und nicht nur die Schützenvorstellenden im Balweer Stadtgebiet und die Königsbahre, dass wir doch hoffentlich wieder unsere liebgewonnenen, vor allem die Schützenfeste feiern können und dürfen, aber auch viele schöne andere Veranstaltungen, wie die Veranstaltungen des Festspielvereins Balweer Höhle, beispielsweise in der Balweer Höhle. Das hoffen wir alle inständig und dazu dient auch sicherlich das Impfen und das Boostern, was gerade im Moment sehr gut auch hier in Balwe und dem Märkischen Kreis läuft. Das ist sicherlich unsere allergroße Hoffnung für das kommende Jahr. Hoffnung habe ich aber auch über die Maßnahmen, die die Stadt Balwe, die der Rat der Stadt Balwe in diesem Jahr beschlossen hat und die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Der neue Rat der Stadt Balwe, der ja erst im Herbst letzten Jahres, so muss ich gerade rechnen, zusammengetreten ist, musste dieses Jahr zwei Haushalte verabschieden. Wir haben ja Corona-bedingt den Haushalt für dieses laufende Jahr 2021 erst im Februar verabschiedet und der Rat und wir als Verwalt und ich als Bürgermeister haben dann jetzt im November, Dezember auch bereits schon den Haushalt wieder für das kommende Jahr verabschiedet. Dieser Haushalt sieht sehr viele Investitionen vor, natürlich in unsere Schulen weiterhin alle drei Standorte der Grundschulen, die wir in Balwe haben, Beckum, Balwe, Garbeck, die man auch mit einer Ausstattung OGS weiterhin stärken will und natürlich auch vor allem unsere Realschule und die Hauptschule. Sie wissen es alle, läuft im nächsten Jahr, wenn die Sommerferien beginnen, aus. Also viele Investitionen nach wie vor in unsere Schulgebäude, hohe Investitionen, sehr hohe, auch im hohen Millionenstellenbereich, Investitionen in unsere Feuerwehr, in unserem Brand- und Katastrophenschutz. Da stehen immer wieder Fahrzeuge an, ja, aber vor allen Dingen und dann im nächsten Jahr auch konkret der Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppe Löschzug Hönnetal in Sankt Sussi. Sie alle haben davon gehört und im nächsten Jahr soll es dann tatsächlich auch losgehen und auch sichtbar werden für uns alle. Also hier investiert die Stadt Balwe nach wie vor hohe Beträge, um unsere aller Sicherheit im Brand- und Katastrophenfall auch hier für uns sehr herstellen zu können. Ja, das sind zwei wesentliche Maßnahmen und dann hat uns natürlich in diesem Jahr alle massiv, nicht alle, aber sehr viele in Balwe und auch in Folgenhausen massiv am 14. Juli die Hochwasserkatastrophe getroffen. Ich habe viele Menschen nach diesem 14. Juli besucht, gerade in den Haushalten, die besonders stark betroffen waren und habe mir natürlich auch ein Bild von der Lage gemacht, aber auch Gespräche mit den Menschen geführt, die dort betroffen waren, die zum Teil wirklich viel, hart und gut verloren haben. Gott sei Dank nicht das ganze Haus zerstört, so wie wir das im Ahrtal oder im Rhein-Eff-Kreis leider sehen mussten. Aber trotz alledem doch sehr hohe und starke Schäden an den Gebäuden. Da hat sich gezeigt an dieser Stelle, dass Balwe und wir alle doch eine hohe Solidarität gegenüber zeigen, die eben Not haben in so einer Situation. Und man sagt ja nicht umsonst, Not schweißt zusammen. Und ich glaube, das haben wir Balverinnen und Balver im Sommer diesen Jahres eindrucksvoll demonstrieren können. Nicht nur in Hand- und Spanndiensten. Die Nachbarn halfen dem Nachbarn mit beim Aufräumen, beim Ausräumen des Hauses, beim Estrich raus stemmen. Nein, wir haben ja auch zu einer Spendenaktion aufgerufen. Und ich kann sagen, wir haben über 200.000 Euro an Spendengeldern nach der Flut an besonders betroffene Menschen hier in Balwe und in Ortstalen auszahlen können. Dafür nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle Helfer und Spender, die dazu beigetragen haben, dass zumindest die erste Not und die ersten Kosten der Betroffenen gelindert werden konnten. Aber dieser 14. Juli und auch die Starkregenereignisse in den nachfolgenden Tagen haben uns gezeigt, wir müssen was für den Hochwasserschutz tun. Deswegen hat auch der Rat hier an dieser Stelle in meinen Augen eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, dass wir bereits im nächsten Jahr Planungen vornehmen für Renaturierungs- und Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Hönne, aber auch entlang zum Teil der Seitenlöcher. Aber die Hönne steht natürlich dabei absolut im Fokus. Und wir wollen nächstes Jahr erste Pläne vorstellen, wie Hochwasserschutz für Balwe und vor allem für Volkenhausen entlang des Laufs der Hönne realisiert werden können. Und wir werden, wenn alles klappt, wir möchten das natürlich gefördert bekommen, eine erste Maßnahme im nächsten Jahr hier im Balwe zwischen der Firma Picard und Gellach und dem Schulzentrum schon realisieren. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Investition und Planung im nächsten Jahr, die wir auch zeitnah, solange die Erkenntnisse und die Erfahrungen aus diesen Hochwasserereignissen aus dem Gulei noch bei uns allen präsent sind, solange die da sind, möchte ich zeitnah diese Maßnahmen auch umgesetzt wissen, damit wir vor der nächsten Flut besser geschützt sind und gewappnet sind, als so das jetzt bei dieser Waren. Also das eine ganz, ganz wichtige Investition ab dem nächsten Jahr, in den nächsten Jahren Hochwasserschutz und Retentionsraumschaffung, und Renaturierung der Hönne und seiner Seitenläufe. Ja, eine wichtige Investition, wie gesagt, daneben wollen wir natürlich auch die Städtebauförderprogramme und Maßnahmen, die wir ja seit einigen Jahren hier in Balwe und in Ostern umsetzen, auch weiter treiben. Wir bekommen ja für diese Maßnahmen rund 70 Prozent Förderung vom Bund und vom Land NRW. Ich denke, dass wir das in den letzten Jahren schon sehr gut umgesetzt haben und wir wollen konkret für 2022 dann den Murmke-Park angehen, die Umgestaltung des Parks, nachdem ja jetzt das neue Fahrzentrum dann so weit baulich steht, dass wir dort auch den Park entsprechend umgestalten und anpassen können. Das ist eine konkrete Maßnahme. Die andere wird sein, dass wir um die Bücherei VHS an der St. Johannisstraße die Platzsituation verbessern wollen, um das Gebäude, welches wir ja in den letzten Jahren schon, denke ich, sehr schön saniert haben und energetisch ertüchtigt haben, halt eben auch das Umfeld zum Bücherei passt. Also das ist eine weitere Maßnahme. Wir werden abschließen nächstes Jahr und umsetzen in Garbeck die Dorfmitte. Sie ist ja im vollen Bau begriffen und Baufortschritt ist auch sehr gut, liegen da im Zeitplan. Also das wird nächstes Jahr abgeschlossen sein, das ist das Kernstück der Garbecker Dorfmitte. Wir werden in Mellen den Dorfpark angehen. Erste Maßnahmen und Arbeiten wurden bereits schon durchgeführt, die Entschlängung des Dorfteichs. Aber dann schließt sich im nächsten Jahr eben auch dann die Realisierung des eigentlichen Parks am Dorfteich in Mellen an. Ja, und wir werden die Hoffmeisterstraße hier direkt hinter mir von dem Rathaus dann auch abschließen können. Also die Erneuerung der Oberfläche in der Aufmeisterstraße. Das sind so die großen Förderprojekte, die wir im nächsten Jahr angehen wollen. Daneben wird es weiteren Straßenausbau oder nachmalige Wiederherstellung von Straßen geben. Sie alle haben es vielleicht ein Stück weit verfolgt. Auch hier hat der Rat eine, in meinen Augen, gute Entscheidung getroffen, indem er für die Straßen, die nachmalig wiederhergestellt werden müssen oder sollen, für die erhebt ja die Stadt oder sie muss nach dem kommunalen Abgabengesetz Beiträge von den Anliegern erheben. Und diese Sätze, die die Stadt von den Anliegern bis dato erhoben hat, waren am Limit dessen, was die Städte an Beiträgen erheben dürfen. Und da hat der Rat jetzt gerade in seiner letzten Sitzung eine sehr weise, so will ich mal formulieren, Entscheidung getroffen, dass diese Beitragssätze entscheidend reduziert werden auf unserer kommunalen Ebene. Und das Ganze ist ja gekoppelt mit den Fördermitteln des Landes. Das Land übernimmt ja seit zwei Jahren ungefähr rund 50 Prozent der Beiträge, die der Einzelne von uns als Anlieger zahlen muss nach diesem kommunalen Abgabengesetz. Also ich finde eine erhebliche Entlastung der Bürgerinnen und Bürger für die Zukunft, für die Straßen, die wir in den nächsten Jahren vorhaben, nachmalig wiederherzustellen. Und dabei wird sicherlich die Gärbecker Straße wohl die erste sein, die dann in den Genuss dieser Beitragsenkung dann auch kommen wird. Das wird der Bereich sein zwischen Bundesstraße, also Hauptstraße und bis Abzweig Quete. Die weiteren Straßen wie Nikolausstraße oder Kapellenstraße in Folgenhausen stehen dann erst in den nächsten Jahren an. Dazu hat der Rat bzw. der Fachausschuss in diesem Jahr auch eine entsprechende Beschlüsselung gefasst. Also das ist auch eine gute Botschaft, denke ich, für alle, die in Zukunft durch die Stadt, durch uns, ja, aber auch müssen zu Beiträgen nach dem KAG herangezogen werden müssen. Ja, dann zu guter Letzt auch eine sehr gute Botschaft. Wir haben ja im Frühjahr dieses Jahres einen weiteren Förderbescheid des Ministeriums für Bau und Heimat überreicht bekommen. Wir haben den Ministerin in der Scharenbachs aber höchstpersönlich hier im Balber an der Luisenhütte und hat dem Förderverein der Luisenhütte bzw. seinem Vorstand einen Förderbescheid von fast rund 900.000 Euro überreichen können. Mit dem Geld wird der Förderverein mit Unterstützung der Stadt und mit Unterstützung des Märkischen Kreises, weil die beiden, die beiden Museen an der Luisenhütte betreiben, den Balber Geschichtspark realisieren und herstellen, so will ich es mal formulieren. Also Kernelemente sind, dass natürlich allen voran die beiden Museen, die Luisenhütte und unser städtisches Museum für Vor- und Frühgeschichte, digital aufgewertet werden. Deswegen sind die Museen auch gerade im Moment geschlossen, weil die Umbaumaßnahmen dort schon in Vorbereitung sind und im nächsten Jahr umgesetzt werden. Also die werden digital aufgepeppt und mit einem ganz anderen Erlebnis von Museum in Zukunft. Daneben soll aber auch die Verbindung von der Balber Höhle, Schloss Woklum und Luisenhüttenensemble geschaffen werden, indem wir nochmal eine neue Wegeverbindung im Bereich der Woklum Allee schaffen wollen, damit ein gefahrloserer Zugang zur Luisenhütte hin von der Balber Höhle kommt, über die Woklum Allee hin zur Luisenhütte geschaffen werden kann. Es soll im Bereich der Balber Höhle, die ja quasi so das Einstiegsportal des Geschichtsparks ist, der Eingangsbereich der Balber Höhle in Abstimmung mit der Sankt-Sebastian-Schützenbruderschaft neu geschaffen werden, damit es auch zukünftigen Besuchern möglich ist, über den Eingangsbereich mit einem digitalen Code oder Ähnlichem die Höhle auch wieder besichtigen zu können. Das ist unser Plan. Daneben wollen wir auch weiter oder zukünftig wieder Höhlenführung anbieten, damit die Höhle eben für die Menschen, für uns Balberinnen und Balber, aber auch für Besucher, mal wieder ein Stück weit erlebbarer wird und nicht nur beim Schützenfest oder bei entsprechenden Kulturveranstaltungen. Also dort soll der Eingangsbereich neu geschaffen werden mit einer Infostele, mit einem Info-Eingang, wenn Sie so wollen, für diesen Balber-Geschichtspark, sodass ich dann von diesem Eingangsbereich, Balber-Höhle, Parkend, halt eben über die Fußläufigverbindungen hin zu Luisenhütte, zu unserem Museum für Vor- und Frühgeschichte laufen kann, gehen kann, und dann auch eben einen entsprechenden Rundweg um den Burgberg herum, der dann mit Infostellen versehen wird, um die Geschichte dieses Areals, dieses Balber-Geschichtsparks, daher kommt dann auch der Name, den Besucher näher zu bringen. Er ist ja sehr geschichtsträchtig mit Schloss Wocklum, mit der Luisenhütte, als älteste vollständige Altener Hochofenanlage Deutschlands, mit dem Reitstadion, aber auch mit dem Burgberg, mit der Immerhin-Flieburg und mit dem Erzbergbau, der hier auch umgegangen ist. Also ich denke, wenn wir Ende 2023, da wollen wir fertig sein, und diese Maßnahmen umgesetzt haben, schaffen wir sicherlich für uns selber, aber auch für die Besucher, ein sehr attraktives Ausflugsgebiet, so will ich es mal nennen, mit sehr viel Historie, mit sehr viel Information. Also das wird, wie gesagt, auch durch ein Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, aus dem Heimatprogramm des Landes, mit 90 Prozent gefördert. Ich denke, ein sehr gut investiertes Geld auch in diesen Bereich, in den Balwe-Geschichtspark. Ja, das sind so im Großen und Ganzen die wichtigen Investitionen, die im kommenden Jahr mit viel Fördermitteln, aber auch mit viel Eigenmitteln der Stadt Balwe umgesetzt werden sollen. Wobei alles, und da nehme ich gerne immer auch unseren Kämmerer beim Wort, und das hat er auch in den letzten Jahren immer gehalten, wir haben ja wieder einen Haushalt vorlegen können, und der jetzt verabschiedet worden ist, der ausgeglichen ist, also der ohne Defizit rauskommt. Und ich gehe auch davon aus, dass wir am Ende dann des Jahres 2022 auch wieder sagen können, ja, das, was unser Plan am Anfang des Jahres war, wird am Ende auch unser Ergebnis sein. Das haben wir in den letzten Jahren geschafft und da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf, dass wir uns alle nicht mehr belasten, auch für die Zukunft, als es unbedingt notwendig ist. Auch in diesen schwierigen Zeiten, Stichwort als letztes nochmal wieder Corona, was ja auch viel zu oder zu starken Zerwürfnissen in der Wirtschaft, in den Steueraufkommen geführt hat. Aber wir kommen bis dato ganz gut auch durch diese finanzielle oder wirtschaftliche Krise und wir wollen hoffen, dass das auch so bleibt. In dem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen für das kommende Jahr ein bisschen weniger Corona, vor allen Dingen Gesundheit für Sie alle und dass die Wünsche, die Sie sich vornehmen oder gestellt haben, im nächsten Jahr dann auch in Erfüllung gehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das kommende Jahr 2022. So faste erebare, Ihr Hubertus Mühlig